Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf VideoCraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Und heute machen wir mal etwas ganz Verrücktes. Wir sind im Creator, Creator, nein, im Creative-Modus, das auch mehr oder weniger der Creator-Modus in Minecraft ist, und befinden uns in der Einsendung 179, die eine Redstone-Survival-Hauswelt ist, von Ritterlich eingesendet und schreibt, in diesem Redstone-Haus kommst du im Survival ohne Probleme aus. Es gibt eine Mine, eine Fleischfarm, eine Weizen- und Möhrenfarm. Funktioniert nicht zu 100%, vielleicht kannst du mir etwas helfen. Es gibt dann noch einen Geheimgang, einen versteckten Rüstungsständer und eine automatische Ofenanlage mit Lager-Dazup-Panorama-Blick auf die Technik. Oha, das klingt doch für mich wie All-Inclusive beim Hotel, das ich doch nur dort haben möchte. Zunächst haben wir hier die nicht-funktionstüchtige Farm, oder funktioniert sie doch? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob dieses Design aktuell funktioniert. Die Villager streiten ja heutzutage ein bisschen. Wir haben ja hier eine Gewerkschaft der Villager in Minecraft, und die streikt ein bisschen. Also das mit der Sklaverei, das hat früher mal in Minecraft funktioniert, jetzt funktioniert das natürlich nicht mehr heutzutage. Wollen die Villager natürlich unter speziellen Arbeitsbedingungen arbeiten, und ansonsten tun sie es nicht. So haben sie feste Tageszeiten, dass erst zu einer speziellen Zeit am Tag die Villager erst anfangen, das Feld zu bestellen, und ob sie nun dann tatsächlich das, was sie hier erwirtschaftet haben, teilen mit einem anderen, wobei in diesem Fall dann Mütterchen Staat sich in der Mitte befindet. Also das hier ist quasi unser Steuereintreiber, und der treibt hier 100% Steuern ein. Denn wenn der Villager mit dem anderen sein Geschäft teilt, werden an dieser Stelle 100% Steuern abgezogen, und diese 100% Steuern sorgen für maximalen Gewinn. Also ob das tatsächlich nun rechtlich so bedenklich ist, es ist Minecraft. Also, Minecraft. Aber die Villager tun es doch gerne für uns, oder? Tut es gerne? Ja, habt ihr gerade gesehen, er hat genickt. Er hat genickt. Du tust es gerne, ne? Ja. Und du arbeitest bestimmt auch gerne, oder? Arbeitest du gerne? Arbeitest du gerne? Hallo? Arbeitest du hier gerne? Ich kann dich nicht verstehen. Red lauter. Mein Junge. Arbeitest du gerne? Okay. Gut, ich deute das mal als so ein grimmiges Joch. Okay, schön. Dann wäre das hier geklärt. Dann schauen wir uns dieses Redstone House, mein Survival House mal an. Wir haben hier als erstes einen Slime-Block-Fahrstuhl. Was ich nicht gut finde, oh, heute fange ich mal mies an, heute sage ich nicht gut, ist die Tatsache, dass der Fahrstuhl sich nicht in Bewegung setzt, wenn ich diesen Knopf drücke. Das heißt, ich springe jetzt hier runter. Lebensgefährlicher Jump. Hätte mir dabei alle Beine brechen können. Nur, weil unser Herr Entwickler dieser Welt es nicht für nötig gefunden hat, einen Call-Knopf zu bauen. Oder, Josef kann nicht lesen, auch das ist im Bereich des Möglichen. Nein, ich sehe keinen Call-Knopf. Es gibt keinen Ruf-Button für diesen Fahrstuhl. Obacht, das möchte ich, dass du das änderst. Also, den Start-Knopf hier, den könnte auch gleichzeitig ein Ruf-Knopf sein. Aber, der Fahrstuhl funktioniert wie im Bilderbuch. Macht dabei viel Lärm. Und bringt mich nach unten. Alles klar. Und was haben wir denn hier unten schönes? Wir haben gefarmte Items, bitte in die Truhe legen. Das heißt, Items, die man gefarmt hat, legt man in diese Truhe. Jetzt frage ich mich, warum fährt man mit diesem Fahrstuhl dieser aufwendige Weg nach unten, nur um die Items hier in die Truhe zu legen, wenn man auch eine Trichterstraße nach oben gezogen hätte können. Das sei mir jetzt gerade egal. Ach so. Ah, okay. Ich habe nichts gesagt. The Jawcraft. Dafür gibt es eine schallende Ohrfeige. Dafür, dass du mal wieder so unaufmerksam bist. Das ist eine Mine hier. Ich verstehe. Das ist gut gemacht. Das ist tatsächlich sehr gut gemacht. Wir haben hier tatsächlich eine Mine. In dieser Mine kann ich nun arbeiten. Gefarmt war ein bisschen... Der Begriff gefarmt hat mir nicht gut gefallen. Man hätte sagen können, gefundene Items, gefundene Ressourcen, abgebaute Ressourcen, abgebaut. Ich glaube, abgebaut wäre gut. So, das heißt, man geht hier hoch. Schön gemacht. Auch hier mit dem Schutz da oben. Es ist sehr schöne Detailarbeit. Ich weiß nicht, ob du die Welt im Creative oder Survival gebaut hast. Ich könnte mir vorstellen, dass du sie im Creative gebaut hast. Lege ich da richtig? Wenn ja, nimm dir doch einen Debugstick und mach sowas hier. Dann sieht das Ganze ein bisschen guter aus. Und du kannst auch hier... Du kannst auch dafür sorgen, dass das ein bisschen guter aussieht. So. Besser gibt es nicht. Nur guter. Guter ist ein Wort, das nicht existiert. Und dieses Item, was ich gerade benutze, aber existiert auch nicht im Survival. Deshalb sage ich, dass es guter aussieht. Also, hier kommen dann die ganzen Erze und Dinge rein, die ich in der Mine gefunden habe. Und anschließend bringt mich der Lift zurück nach oben. Und hier haben wir das versprochen. das Survival Haus mit... Ah, ich dachte, da wäre was dahinter. Ihr kennt mich ja. The Geograph zu Besuch. Meine Freunde mussten das schon miterleben. Ich bin in das Haus von meinem guten Freund gegangen und die hatten ein Bild an der Wand hängen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich bin nicht inne, er macht die Tür auf. Hi, Josef. Ich laufe ins Haus rein, auf das Bild zu und pam, nehme einen spitzen Gegenstand und reiße das Bild auf. Er so, Alter, was warst du? Und ich so, ich dachte, da ist was dahinter. Entschuldigung. Und er so, Alter, ist das Bild gerade zerstört. Ich so, Entschuldigung, ich dachte, da ist was dahinter. So, hiermit schalten wir das Licht aus und an. Wir haben hier die Rüstung. Was haben wir hier für einen Knopf? Ah, das ist der versprochene Rüstungswechsler? Question Mark? Nein, es ist kein Rüstungswechsler. That is a little bit saddy, aber Moment mal ganz kurz, es müsste doch ein Rüstung, Stopp, wie hat er die Technik aufgebaut? Stopp, 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 hat er die mit einem Flipflop gemacht oder? Nein, das ist, also könnte man, könnte man, meiner Meinung nach, doch theoretisch, hier noch andere Rüstungsstellen hinstellen und jedes Mal, wenn ich den Knopf drücke, werden die ausgetauscht. Ja, siehste, und schon haben wir einen versprochenen Rüstungswechsler. Ist doch auch gut. So, Erze werden hier eingepackt, nee, ist ein automatischer Ofen. Okay, wo oder wie bekommt der Ofen seine Kohle? Kohle, Kohle, Kohle. Die bekommt er hier rüber. Wo bekommt er die her? Da bekommt er die her? Nein, 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 da, da, okay, schon, da kommt sie da entlang, das ist Kohle, 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 Kohle kommt aus Kiste. Hier ist Kiste mit Kohle in Raum, mit Dunkel. Okay, verstehe, wo ist dieser Raum denn jetzt? Okay, ich hab, oh, ach du große Neune. Okay, das Ding ist größer als erwartet. Es wirkt so klein, das Haus wirkt doch so klein, ist aber wirklich, geht ja noch nach hinten viel, viel größer. süß. Okay, gucken wir uns gleich nochmal an. Fahrstuhl rufen, mach ich gleich. Ich glaube, dass das, also sollte ich irgendwann mal sterben, wird das wahrscheinlich meine Todesursache sein. Ich stehe auch so, Fahrstuhl Tür, Fahrstuhl rufen, mach ich gleich, Tür auf, zack, springt in den Fahrstuhlschacht, tot. Josef Heinrich, 2017. Es ist eine sehr erbärmliche Art zu sterben und mal wieder ein weiteres Video für tausend Wege ins Gras zu beißen. Okay, da dies der Fahrstuhl ist, rufe ich erst den Fahrstuhl und fahre anschließend mit dem Fahrstuhl nach unten. Okay, das schau mal einer an. So, warum hast du hier den Fahrstuhl rufen Knopf und warum hast du hier den Fahrstuhl rufen Knopf nicht? Könntest du mir bitte erklären, warum das deine Entscheidung war? Hier haben wir das Panorama, das versprochene Panorama in die Technik und hier haben wir einen Werkraum mit Licht. Sehr schön. Sehr gut. Oha. 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 Sehr gut. Sehr gut. Dafür gibt es schon mal auf jeden Fall einen Bonuspunkt. Der Ich habe nichts gesagt. Ja, oder doch. Keine Ahnung. Hier ist eine Detection drin, die herausfindet, ob ich den Raum betrete oder verlasse. Okay. Könnte besser sein, weil die nur so okay funktioniert, aber alles im All nicht übel. Hier ist ein Müllcontainer, der Items ins Nirvana schickt. Okay. Und hier haben wir das Lager mit allen Dingen, die gefunden worden sind. Und die Kohle muss ich manuell nehmen, hier reintun, wenn da jetzt nichts dahinter ist. Aber da ist was dahinter. Ich wette. Oh. Ich habe mein Redstone-Inventar gerade überschrieben. Ich bin ja jemand, der sehr viel mit Redstone arbeitet. Wissen ja viele Leute. Deshalb habe ich immer gerne ein Redstone-Inventar auf meiner Leiste. Habe ich irgendwas vergessen? Bestimmt. Ah, der Redstone-Block. Der Redstone-Block ist auch sehr wichtig. Mh, sehr wichtig. Dann machen wir mal so. Speichern. Okay. Ihr könnt mit C123 speichern und mit X1234 die neue Toolbar öffnen. Cool, was? So. Okay, das ist alles. Das ist wirklich alles? Ja? Ist das alles? Ja, das ist alles. Nicht übel. Nicht übel. Gefällt mir sehr gut soweit. Wir haben alles gesehen, was diese Welt zu bieten hat. Jetzt seid ihr dran. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr die Welt? Ihr dürft sie natürlich gerne auch downloaden. Und an dieser Stelle bedanke ich mich. Herzlich fürs Zuschauen. Ich sage, macht's gut. Bis bald. Und Endcard. Ciao. Bitte. Wuhu. Ich sage, zumindest auf.